Heute im Gepäck, 15 lustige Zufälle aus dem Alltag. Viel Spaß! Nummer 15 Wenn Valentinstag vor der Tür steht, ist es die perfekte Gelegenheit, mit seinen Geliebten zu verreisen. Ob diese Werbeanzeige hier wirklich nur reiner Zufall ist, weiß keiner so genau. Die zwei Bälle im unteren Bild stehen wohl für dicke Cojones und darüber direkt das Geschlechtsteil. Und ganz oben befindet sich dann natürlich noch rein zufällig ein Bild von einem sexy Po. Na da hat jemand gut in Sexualkunde aufgepasst. Und die Nummer 14 Blutspenden ist eine verdammt gute Sache. Aber muss ausgerechnet jemand mit dem Nummernschild Vampir vor der Tür parken? Hoffentlich möchte er das gespendete Blut nicht wieder abholen, um sich die nächsten Wochen davon zu ernähren. Und die Nummer 13 Bei diesem Foto hier muss der Fotograf den Soldaten doch genau positioniert haben. Oder kann das wirklich Zufall sein? Ein wenig Ironie hat allerdings noch nie geschadet. So heißt es jetzt Uninvolved in Peace, also unbeteiligt in Frieden. Dabei wollen sie doch beim Wiederaufbau helfen und nicht unbeteiligt zuschauen. Und die Nummer 12 Wenn Autos miteinander sprechen oder schreiben könnten, würde das Ganze wohl ungefähr so aussehen. Das eine Auto sagt, ich bin wütend auf dich. Und das andere Auto antwortet nur, lol. Vielleicht verstehen sich ja wenigstens die beiden Fahrer in den Autos. Nummer 11 Der normale Alltag auf der Autobahn. Zwei LKWs, die nebeneinander herfahren und sich überholen. Aber dass so ganz zufällig auf dem einen LKW Taylor und auf dem anderen Swift steht, passiert wahrscheinlich nicht besonders häufig. Und die Nummer 10 Wer schon immer einmal getarnte Badeschlappen haben wollte, hat sie hiermit nun gefunden. Jeder kennt diese typischen Schuhregale im Einkaufsladen. Aber damit hätte der Designer dieser Schlappen wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Nummer 9 Da wird extra ein Riesenplakat an dem Gebäude angebracht, was eine Menge Geld gekostet hat. Und dann passiert das. Um so etwas zu entdecken, muss jemand schon verdammt aufmerksam durch die Welt laufen. Mir wäre das so auf jeden Fall nicht aufgefallen. Und die Nummer 8 Zwei Läden in einem Haus waren eigentlich schon immer verwirrend. Aber dann auch noch fast den exakt gleichen Namen anzubringen, trägt bestimmt nicht positiv dazu bei. Hier würde mich mal interessieren, was zuerst da war. The Property Shop oder The Property Shop Nummer 7 Dieses Bild ist wohl im asiatischen Raum entstanden und auf den beiden T-Shirts steht eigentlich nur der Name von den beiden Mädels. Aber vielleicht gehören sie ja auch dem Wu-Tang Clan an, der aus New York stammt und sich Anfang der 90er mit Hip-Hop etabliert hat. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 6. Hochwasser ist eigentlich keine lustige Angelegenheit. Aber es gibt wohl auch noch Menschen, die das Ganze irgendwie mit Humor nehmen können. Und somit schwimmt diese nette Frau auf dem Plakat, hat ein paar Bahnen bei dem schönen Wetter. Nummer 5 Mario und Luigi, zwei Stars unserer Kindheit, haben hier nicht nur zwei Läden eröffnet, sondern auch noch ihre Farben beibehalten. Ob Luigi wirklich so gut kochen kann, bezweifle ich stark. Aber auf einem Burger würde ich trotzdem mal vorbeikommen. Nummer 4 Ob die Nummer 6 hier links im Bild wirklich einen Busch hat, wissen wir zum Glück nicht im Detail. Aber die Rettung sitzt schon direkt neben ihm, denn Shavers heißt nichts anderes als Rasierapparat. Somit ist der Tag dann wohl doch noch gerettet. Und die Nummer 3 Die ganze Menschheit fragt sich seit Jahrhunderten, wo das Ende der Welt ist. Dabei kann die Antwort doch gar nicht einfacher sein. The End befindet sich bei diesen beiden Autos. Das ist wirklich schon ein geiler Zufall. Und die Nummer 2 Einmal im Lotto gewinnen und das Leben wäre so schön. Das denkt zumindest der größte Teil aller Lottospieler. Wie sehr würdest du dich ärgern, wenn jede deiner Zahlen genau um eine Stelle abweicht? Ein bisschen Mitleid habe ich da ja irgendwie schon. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Was war zuerst da? Das Eis oder der Junge mit dem T-Shirt? Tatsächlich wohl das Eis. Somit ein cooler und zufälliger Schnappschuss. Also Leute, lauft immer schön mit aufmerksamen Augen durch die Welt. Das werden bestimmt nicht die letzten Zufälle gewesen sein. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen. Einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.